Ja guck mal, jetzt machen die wieder einen Zirkus hier, der perfekte Mensch. Aber der perfekte Mensch, der perfekt ist, der war ja schon, der ist ja nicht mehr. Weil wenn der, ich hab hier meinen Nachbar, weißt du, von dem Horst, dem seine Frau Elvira ist, Lehrerin, die kennt sich mit den Gezeiten aus und so. Hab ich gesagt, was ist perfekt? Na sagt sie zu mich, ne, das ist schon gewesen. Dann hab ich ihr gefragt, ja der perfekte Mensch, der ist schon gewesen. Dann hat sie gesagt, irgendwie schon, ne. Da weiß ich jetzt Bescheid. Weil perfekt ist schon länger weg, ne, weißt du, vielleicht, sag mal hier, 3,50 Meter zurück in Liter gerechnet. Und dann kommt imperfekt, das ist ungefähr, na wie soll ich sagen, 3 Ohm weniger. Und der perfekte Mensch, der ist ja Präsens, der muss ja Präsens ist, wenn du präsent bist, also jetzt gegenwärtig so. Der ist dann praktisch hier, ja, hier da, ja, und ich perfekt, verstehst du? Musik Musik Vielen Dank.